Ist das verboten? Ja, was los? Hä? Der Schlauch, du hast den Schlauch vergessen. Das hat's für dich, hä? Ich fühl mich. Ich würde mir jetzt hingehen. Wer geht nachgucken? Nicht. Der ist nicht dicht, ey. So. Plötzene Hörer. Weiß dich. So. Weiß dich. Ey. Guck da dich. Guck mal, der ist nicht da, Alter. Ey, ich höre, den Leder haben. Mach mal Licht an. Hast du... Hast du... Hast du... Jetzt komm ich an die Runde dazu, ja. Das ist durch den Sekundenkleber. Was machst du auf der Scheiße? Du hast mir Menütenkleber genommen. Wir machen's. Start einen zweiten Versuch. Ja, ja, ja. Dann musst du dir mal den Lesern zeigen. Das ist krass, ey. Ich tue das mit Lesern. Mit Lasertursteinen, Wasserhitzen. Was? Die Reiben. Nee, die Traste... Nee, das Ding kann... Was ist denn du hier? Dicht, oder was hier? Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Halt doch. Wenn du jetzt den nächste Knaller springen kannst, den ganzen Blumen weg. Pfff. Echt? So. Pass mal auf. Andy, jetzt geht's ja auch einfach rum. Gib mir die... Andy, gib mir diese rote. Hä? Diese... Nee, diese kleine rote Knaller. Da hab ich mir fast in die Finger reingeschaut. Weil du nicht dicht bist so... Nein, du? Aufwende komm ich mit. Und den Knaller, das ist auch feierlich. Was ist denn mit dem Fahrrad hier? Setzt ich von den Kopf rein? Hä? Hä? Hast du noch eine andere Sekrette, bitte? Hä? 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 So, Knopf. Filmst du das? Nee. Da steck mal das Ding raus. Hol die Zunstür raus. Könnt ihr mal alleine reißen, oder? Nee. Okay. Ich würde sagen... Gib mal her. Genau. Egal. Ja? Jetzt hol mal die Zunstür raus. Halt er. Hab ich. Ey, jetzt müssen die alle so auf die Kölle ausgeben. Ich nicht. Knall ein bisschen Klappern. Ja, ja. Wir nehmen alle, die wir haben ja. So, so gehen wir. So. Hallo. Hier steckt die noch rein. Ich glaube dann auch, ja. Also, hier hat sie ja eine Packung zusammen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich mach das mit dem Teezer. Ich will nicht, weil keinen Sauerstoff, mein Gott. Was? Geht schon los, ne? Ja. Ja. Ja.